Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sputtis Meinung zu dem Projekt, bei dem ich euch meine Meinung mitteile zu bestimmten Dingen und gleichzeitig eure Meinung zu diesen Änderungen, Neuerungen, was auch immer. Also die Themen sind ja ganz, ganz unterschiedlich und ja, ich möchte eure Meinung dazu hören, meine Meinung dazu abgeben, so ein bisschen den Austausch anregen und ja, einfach allgemein über verschiedene Themen diskutieren. Hauptsächlich haben wir dafür natürlich den Podcast, aber halt auch dieses kleine Zwischenprojekt, wo ich auf spezifische Dinge eingehe. Und da es mehrfach gewünscht wurde, fangen wir mit dem Thema oder haben wir dieses Mal das Thema Garderobe vor uns. Hier ganz im Speziellen wollten die Leute wissen, was ich von dem System halte, wie ich es finde, dass ArenaNet teilweise Dinge komplett neu aufarbeitet. Und ich muss im Allgemeinen sagen, das ist so ein Punkt, den ich sehr, sehr positiv sehe an diesem Feature-Patch. Wer die anderen Ausgaben gehört hat, weiß, ja, der PvP-Blogpost, da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Aber hier, beim Garderobensystem kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, bin ich vollkommen dafür, wie ArenaNet das einführt. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz an, das zu erklären. Und zwar werdet ihr ab dem Feature-Patch jedes Rüstungsteil, das Account gebunden ist, Seelen gebunden ist, Account gebunden wird oder wiederverwertet wird an euren Account gebunden. Also, der Skin wird eurer Garderobe hinzugefügt. Das hat den ganz einfachen Grund, ihr sollt keinen Skin bekommen, den ihr theoretisch weiterverkauft. Das bedeutet, bekommt ihr jetzt ein Exo gedroppt, verkauft es sofort wieder, dann soll es natürlich nicht in eure Garderobe kommen. Aber, wenn der Skin, wenn der Grundskin euch irgendwann mal gehört hat, also wirklich gehört und nicht weiterverkauft wurde, dann kommt ja in die Garderobe, egal ob der Skin verschwunden ist oder nicht. Deshalb wiederverwerten, das ist eine Methode, oder halt an den Account bzw. an den Charakter binden. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Methode, um zu verhindern, dass man einfach in Anführungszeichen Skins dupliziert. Man kann sich kein Legendary herstellen, den Skin benutzen, aber das Legendary verkaufen. Das ist die Idee dahinter. Legendary ist, glaube ich, auch schon der erste gute Punkt, denn hier gab es die Kritik. Und theoretisch können sich Leute also den Gegenstand Twilight oder bzw. den Skin von Twilight auch auf andere Charaktere rüberbringen. Gut, welchen Folter hat das, macht man sich jetzt überlegen, oder welchen Nachteil? Auf den ersten Blick kommen einem acht Charaktere mit einem Legendary in den Sinn. Mal abgesehen davon, dass es nicht genug Charaktere gibt, die ein Großschwert führen, bzw. wenn nicht jeder nur Krieger spielt, werden Legendaries mit dem Patch Account gebunden. Ergo kann man die Waffe auch einfach von einem Charakter zum nächsten schieben. Das hat den Vorteil, sie haben die aufgestiegenen Werte, das heißt den zusätzlichen Damage, plus die Option, dass man die Attribute darauf wechseln kann, plus den Namen. Weil ganz ehrlich, wer möchte mit einem Twilight-Skin auf einem Perlenbreitschwert herumlaufen, und jemand meint, oh geil, ping mal deine Waffe, und du pingst das Perlenbreitschwert, naja, ich sag mal, das ist ein leichter Stilbruch an der Stelle. Und dadurch, dass der Gegenstand Account gebunden wird, kann man ihn ja so oder so von einem Charakter zum nächsten verschieben. Deshalb sehe ich hier nicht das große Problem, dass wir deutlich mehr Twilights oder ähnliches in nächster Zeit sehen werden. Es wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Vielleicht werden wir es deswegen häufiger sehen, weil sich Leute die Waffe hin und her schieben. Weniger aber, weil Leute den Skin würde ich hin und her schieben. Denn hier kommen wir in die allgemeine Mechanik der Garderobe. Und zwar wird es so sein, dass ihr einen Transmutationsgegenstand braucht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie der heißt. Auf jeden Fall Ladung, genau, Transmutationsladung hieß es. Und nur mit dieser Transmutationsladung könnt ihr einen Skin aus der Garderobe auf euren jetzigen Gegenstand bringen. Der Vorteil an diesem neuen System ist, euer Eiter-Skin ist nicht verloren, sondern ist in der Garderobe drin. Das heißt, bisher war es ja immer so, ihr müsst einen Skin opfern, um einen neuen zu bekommen. Das ändert sich. Ihr spart euch auch das Prinzip des Transmutationsspalters. Das heißt, aus einem Gegenstand wieder zwei zu machen, weil einfach der Grundskin ja noch immer existiert in der Garderobe. Ich habe von einigen gehört, ja, ArenaNet, möchte ja nur wieder Gems machen. Wir müssen jetzt alle Transmutationsladungen kaufen. Das ist absoluter, absoluter Bullshit. Wir bekommen Transmutationsladungen gegen Transmutationskristalle, Steine und Spalter. Das heißt, wer diese drei Gegenstände hat oder Teile davon, wird ohne Ende, ohne Ende von diesen neuen Transmutationsladungen bekommen. Und mal ganz ehrlich, wie häufig wechselt man den Skin seiner Rüstung? Und wenn man ihn häufiger als irgendwie einmal im Monat wechselt, dann kann man auch schon mal Gold oder Gems investieren in diesen Wechsel, denke ich. Deshalb Garderobensystem im Allgemeinen sehr, sehr geiles Prinzip eigentlich. Locken die PvP-Ler ein bisschen aus der Reserve, weil alles, was halt bisher im PvP-Schrank liegt, wird auch demnächst mit ins PvE genommen werden können. Für den Fall, dass da halt Interesse besteht. Und ich denke einfach, allgemein ist es gut, dass so ein altes System wieder aufgearbeitet wird, so wie ArenaNet das macht. Wie gesagt, dieses Argument, ArenaNet möchte damit nur mehr Geld scheffeln, ich glaube, das können wir alle widerlegen. Im Gegenteil, ihr habt sogar die Chance, viel, viel häufiger Skins zu verwenden und braucht dafür im Endeffekt weniger Gems. Zudem gibt es die Möglichkeit, Transmutationsladungen zu erspielen, übers PvP, übers PvE, wahrscheinlich durch die Erkundung der Städte zum Beispiel, gab es bisher Transmutationssteine. Vielleicht gibt es jetzt eine Transmutationsladung, wer weiß. Übers PvP gibt es die auf jeden Fall sicher und wiederholbar, im Zweifelsfall für Gold oder Gems, je nachdem, was man bereit ist zu investieren. Ich denke, da ist nicht das Problem. Das Problem vielleicht noch bei der Stadtkleidung. Das ist so ein leicht anderes Thema, würde ich sagen. Hier haben wir nämlich mehrere Probleme. Viele, viele Leute haben es geliebt oder lieben Stadtkleidung im Allgemeinen und lieben es auch, die zu vermischen. Das heißt, ganz verrückte Sachen zu erstellen. Mein Waldläufer zum Beispiel, habe ich jetzt passenderweise gerade nicht im Bild, trägt eine abartige Kombination aus Reiterhosen, der Cappy von Guild Wars 2, dem Drachenshirt und ich glaube keinen Schuhen, plus diesen Schauflergegenstand, mit dem man sich in die Erde gräbt. Solche Kombinationen fallen in der Zukunft weg und das finden viele Leute schade und das kann ich durchaus nachvollziehen. Man hat sich ja die Stadtkleidung auch geholt, weil man eben verrückte Sachen damit anstellen kann. Stattdessen kann die Stadtkleidung jetzt auf einen quasi wie früher in Guild Wars 1 Kostümslot gelegt werden. Also so kann man sich das so denken und man trägt dann dieses komplette Kostüm dafür im Kampf. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wie häufig trägt man eigentlich Stadtkleidung? Das hat wohl auch Arena nicht gemerkt. Hier kann man so ein bisschen die Game Store vielleicht erkennen, indem man sagt, hey, die haben sich nicht vernünftig verkauft im Game Store. Woran liegt es? Wie können wir das ausmerzen? Was hat früher in Guild Wars 1 so Kostüm ausgemacht? Und da war es ganz klar, dass man es auch im Kampf tragen konnte. Und das soll jetzt halt mit dieser Änderung zurückkommen, jedoch eben nicht. Man zieht den Kostümskin auf einen Rüstungsskin, dann könnte man ja theoretisch diese Stadtkleidung auch als Rüstung bringen. Das heißt, wir hätten dann keine Koch-Stadtkleidung, sondern eine echte Koch-Rüstung. Dann könnte man die Teile variieren. Das Problem ist, wo liegt der Unterschied zwischen Stadtkleidung und echter Rüstung? Nirgendwo. Jetzt allerdings ist halt diese Stadtkleidung quasi der Kostüm-Slot von Guild Wars 2. Und wer Guild Wars 1 gespielt hat, also ich persönlich hatte da drei verschiedene Kostüme plus verschiedene Masken durch die Events, die es da so zwischendurch gab und ähnliches. Und das war schon geil. Ja, ich habe zum Beispiel das Kostüm der Glänz, eine Klinge, das mich so aussehen lässt, als wäre ich ein Teil dieser Klinge. Und damit haben wir mal Verstecken gespielt. Und ich sah halt eins zu eins aus wie so ein NPC und habe deswegen Verstecken damals gewonnen. Ich weiß noch, da gab es harsch Kritik von meinen Kollegen, natürlich alles nur im spaßigen Rahmen. Aber trotzdem, da habe ich halt ein bisschen geschummelt, weil halt diese Stadtkleidung bzw. das Kostüm damals extrem geil war. So ähnlich muss man sich das jetzt auch vorstellen. Man trägt quasi ein Kostüm über der eigentlichen Rüstung. Dass man das Kostüm nicht mischen kann, das war auch ein Guild Wars 1 so. Man hatte einen Kostüm-Slot plus einen Kopfteil-Slot. Da konnte man also ein bisschen variieren. Jetzt kommt dieser Bereich Tränke dazu, das heißt so bestimmte Promotion-Gegenstände wie die Cappy, wie dieses Drachenshirt. Das sind Dinge, die kommen als Trank zurück. Vermutlich als ein Promotion-Trank, davon gehe ich zumindest aus. Und dieser eine Promotion-Trank zieht uns dann an wie so ein Guild Wars 2 Fanboy. Das heißt, da geht gar nicht viel Gegenstand verloren in diese Transpulationstränke, in diese Tränke allgemein. So, ich glaube einfach nur ein Trank, der uns halt komplett verändert. Der ist dann auch wiederum im Kampf nutzbar. Das heißt, wir haben ein System, weg halt von Stadtkleidung und Rüstung, hin zu Rüstung und Skin über der Rüstung. In diesem Fall dann ein Kostüm-Slot wie in Guild Wars 1. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr freue ich mich eigentlich mit diesem System an. Ich weiß, ich bin ja wahrscheinlich nicht der Snob plus Ultra, weil ich auf mein Aussehen nicht ganz so viel Wert lege, wie der ein oder andere Spieler. Dazu stehe ich auch vollkommen. Bei mir muss das einfach passen. Mein Savari trägt die Kulturrüstung, ihm bestehen halt Blätter und er hat eine Stadtkleidung, aber die sieht halt abartig schlecht aus. Aber ich finde das manchmal ganz lustig. Je bescheuert er man aussieht, desto besser. Ich verstehe da die Kritik Richtung ArenaNet, aber ich hoffe einfach, dass das System mit diesem Kostüm-Gedanken besser wird, als es auf den ersten Blick klingt, beziehungsweise ein ähnliches System aufgreift wie in Guild Wars 1. Ich denke, dann werden auch die Rollenspieler und auch andere Leute damit sehr, sehr zufrieden sein. Ansonsten ist natürlich dieses generelle Garderobensystem ein Riesenschritt nach vorne, auf den viele, viele Leute gewartet haben. Und ich denke, dass ArenaNet hier viel, viel richtig macht. Ich möchte übrigens an dieser Stelle nochmal richtigstellen, da ich nochmal darauf hingewiesen wurde von unserem Community Manager, den Unterschied zwischen Feature-Patch und Content-Patch rauszustellen. Denn der Feature-Patch soll nicht die Living Story ersetzen, keine neuen Gebiete oder ähnliches bringen. Der Feature-Patch ändert grundlegende Dinge am Spiel, Account-bezogenes, Spiel-bezogenes. Aber er bringt halt keinen echten neuen Content. Dafür soll weiterhin die Living Story herhalten. Und die wird ja nicht mehr allzu lange hoffentlich auf sich warten lassen. Und deswegen hier nochmal der Hinweis, der Feature-Patch kümmert sich um den Account. Die Living Story ist ein echter Content, enthält echten Content, möglichst Story-bezogen. Ja, im Prinzip war es das schon wieder mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, ihr teilt meine Meinung. Müsst sie absolut nicht teilen. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare, definitiv. Und ansonsten hören wir uns wieder zum nächsten Video. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020